Und da kriegt er auch gleich wieder das Handy, meine Güte. Hast du morgen mir mal ein Zeug wiedergegeben? Ja. So, jetzt haben wir zwei Sachen. Ich würde sagen, wir gehen... Was ist... Was ist denn die Faust da? Ach, sei egal. Ich habe jetzt ernsthaft ein bisschen vergessen, welche Taste das war. Mit... Was, Mann? Müssen wir da wechseln. Ja, mal nachladen. Was, L? Ich würde jetzt ernsthaft vergessen, was man... Mal gucken. Äh, habe ich jetzt... Keine Ahnung. Das ist für mich doch recht wichtig und ich brauche das auch irgendwie. Aber irgendwie habe ich das vergessen. Können wir kommen, schließen, nachladen, interagieren, eh. Das habe ich ja alles noch gar nicht gewusst. Selbstheilen, Granate, nächste Wurfwaffe, Schnellspeichern, Daten... Acht. Kater... 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 Etwas seltsam... Was habe ich getan? Ach so, okay. Das war Schnellladen. Sehr gut. Ich weiß... Keine Ahnung, wie man das nochmal macht. Mit Maßstab ändern. Habe ich vergessen. Tut mir furchtballett. Hör... Hör... Oh Gott, das ist ein... Fuck ja. Oh, what the fuck. Erstmal brauche ich ein Auto. Einen halben Kilometer. Okay. Kann ich mal kurz gucken. Äh... Entweder die Ausrüstung der ausländischen Spezialen hat sich stattdessen. Oder... Ja, okay. Dann machen wir erstmal unsere eigentliche Mission. Ich glaube, das ist besser. Ja, okay. Also, vielleicht hätten wir mal gucken müssen. Wo man halt überall... Diese Busstation hat. Da müsste man den ganzen Kram nicht selber fahren. Aber ich glaube, da haben wir wollen. Ja, sowas kann öfters auch mal vorkommen. Da können wir erstmal so einen Speicherpunkt einnehmen. Weißt du, was werden wir jetzt auch erstmal machen? Ist mir scheißegal, was ihr davon haltet. Also nicht ihr, ihr, sondern die Typen hier. Alter, ey. Äh, nicht wie du aussetzt. Mongo. Ich muss mal einen Spritze geben. Was soll denn der Scheiß? Ich muss mal direkt ins Gesicht holzen. So ist richtig. Sehr schön. Alles sehr gut. So. Jetzt können wir weiter. Ich weiß noch nicht mehr, ob das überhaupt die richtige Richtung ist, die ich gerade fahre, aber wird schon irgendwie sein. Oh, nicht. Keine Ahnung. Das ist jetzt echt gut zu wissen. Wie man diese... Ach, er. Okay. Okay, also wir müssen doch nochmal zurück. und da vorne dann äh, rechts, äh, rechts, äh, rechts, rechts, links. Uh, ne, die Taste. Rechts, rechts, links. Okay. Kriegen wir hin? Sollten wir zumindest... Alter, das ist voller... voller weiter Weg eigentlich. Hier blinkt's gerade wieder. Hier blinkt's gerade wieder. Aber wo die Dinger auch sind, ey. Ist ja der Wahnsinn. Ansonsten ist hier erstmal weiter nichts. Weiterfahren. So. Dann können wir den nächsten Unterschlupf freischalten, sehe ich gerade. Oder? Wenn ich nicht genau sehe, wo, aber... Wo da oben geh ich mal von aus. Genau, weißt du, die sind nicht durchs Gebüsch. Boah, Alter. Die Hammerlecker. Ja. Ja. Ich muss sagen, das Kämpfen mit dem Farquaad 3 ist wesentlich, wesentlich angenehmer und dynamischer. Da muss ich mich jetzt echt an den Farquaad 2 hier ein bisschen gewöhnen. Das ist nämlich echt ein bisschen... krass. Kurz reingucken, was soll ich hier so haben. Haben wir den schon freigeschaltet? Ich glaube, ja, ne? Ich bin zumindest da. Gut. Mal gucken, wie wir unser Auto gelassen haben. Wo? Kommt der Mongo denn jetzt her? Ja, keine Ahnung. Bin mittelmäßig verwirrt. Warum auch immer. Aber interessant. Da kommt auf einmal so ein Spacker. Spacker. Komm, durch hier. Ich werde mal vorher den ganzen Scheiß müssen wir laufen, ey. Können wir unser Auto auch so schon reparieren? Ah. Das ist natürlich voll geil. Er dreht so an einer Schraube rum, ne? Und dann ist ja das einfach alles... Allzu dir ganz. Wenn das mal im realen Leben auch so wäre. So, da vorne müssen wir durch so eine... Kreuzung, oder was ist das? Sind da auch wieder Leute? Was haben wir denn hier alles? Wasser, alles wichtig. Ein paar Spritzen. Ah, okay. Gibt es auch irgendwo Diamanten? Ich will nicht, dass ich es sehe. Wir sagen, weiter geht's. So, wenn ich mich nicht ganz... Äh... Vertuhe, dann müssen wir halt... Dann... Ich glaube, wir hätten jetzt schon links hier müssen, oder? Moment. Rechts, meine ich. Wir müssen hier, glaube ich... Ich meine, welcher Weg jetzt nun der richtige ist, ist eigentlich egal. Solange wir da halt irgendwie hinkommen. Okay, was soll denn das auf der Karte heißen? Wie viele Dinger wir gerade insgesamt haben? Oh, guck mal. Wo kommt da nochmal ein Außenbosten? Alter, ey. Also, noch weiter raus, könnte man aber... auch wirklich nicht schicken, ne? Also... Oh, Mann, ey. Ich verkleide das so drücken, ey. Ah, okay. Go, go. Immer so... Hier sieht die Gegend schön aus. Sehr gut, dass wir durch... Das hätte der APR fahren müssen. Also, klar. Ja, würde ich ja gar nicht. Ich müsste mal... Ich kann so schlecht einsehen, von wo die Gegend kommen. Da. Kannst ja gerne mal mitkommen, oder? Kommst du mit? Dann bleib da. Ich lasse jetzt mal unseren Kumpel da mal zurück. Es ist kein Bock da mehr mit dem, mich da durchzukämpfen. Halt dich mal, Kollege. Es ist eigentlich egal, ob man ihnen Headshot gibt, oder nicht? Die... die... gehen nicht wirklich so einfach drauf, wie ich es gerne hätte. Okay, dann haben wir geil. Nochmal mitnehmen hier. Ihr Mongos habt ja aber irgendwo einen Diamant. Ich kann nicht wirklich sagen, wo. Achtung... Achso, ich bin gerade angeguckt. Wahnsinn hier. Achso. 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 Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Aber noch sind nicht alle tot, kann das sein? Weil ich den noch nicht ausgespielt habe, da ist zumindest immer noch... ...dieser Schlüsselfahrer. Was zählt denn als ausgespielt? Weil alle tot sind, oder? Ah, jetzt. Hm. Okay. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber... ...solong wir es am Ende haben. So, wir müssen erst mal gegen den Baum fahren, das ist schon immer ein richtiger Ansatz. Mal kurz auf die Karte gucken, irgendwie. Ah, da vorne ist auf jeden Fall ne Bus halt gestellt. Mal so interessant, da ist auch so ein Speicherhaus, das werden wir direkt mal einnehmen dann. Jut.